Oder wie, oder was? Fehler, den Tatort absperren. Ja. Okay. Also, Mission, erhalten Sie Zugang zum St. Christobal-Empfang. Boah, was ein Weg, ey. Habe ich nicht vor. Und tschüss. Im Vorbeigehen hat sie uns umgebracht. Na gut. Aktuellen Speicherstand laden. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Stoff hier. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Hm. Wie komme ich von diesem Wacken? Gar nicht. Okay, nochmal kurz Kartencheck. Das hier wird nicht gehen. Ist da jemand? Wir haben ja nichts zu suchen. Immer schön weit. Ja, ja. Ja. Ich bin weg. Ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Ist doch ein Deal, oder? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So. So, das war ja alles voll. Wir könnten da nochmal wieder Dinger bauen. Dann war auch wieder Platz im Inventar. Nein, im Moment ehrlich, das ehrlich gesagt nur hinter mich bringen hier. Komm, schieß. Gut. Mist. Ach, da war das gar nicht der Xenomorph, der uns vorhin umgebracht hat, sondern einer der Schüsse, hm? Oder vielleicht sogar beide? Moment. Was war das? Sensor. Das war dem Rennen geschuldet. Ich werde hier wahrscheinlich auch relativ bald beenden. Es sind zwar jetzt nur anderthalb Stunden, aber... Ja, ich sag mal so. Das ist einfach die Motivation, die jetzt so ein bisschen fehlt, weil... ...s gerade so ein bisschen nervt. Dann mache ich lieber demnächst wieder an... Dann mache ich lieber demnächst nochmal einen Livestream. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rippy, wir haben Schüsse gehört. Ja. Also, wo müssen wir hin? Darunter. Also einmal hier rund quasi. Wenn wir da hinten gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ich denke mal, dass es auch so ein bisschen ein Hinweis darauf ist, wie wir uns verhalten sollen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Hinweis darauf ist, wie wir uns verhalten haben. Die Station geht immer mehr in die Knie. Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen reingeleitet werden. Leiten Sie das Evakuierungsverfahren ein, um Gottes Willen. Und wieder komplett auf die andere Seite, ja leck mich. Okay, Kartencheck. Wie gehen wir am besten? Der ist da direkt vor der Tür, wenn ich mich... Nee, das... Du siehst mich nicht. Ihr alle seht mich nicht. Ich will doch nur Frieden. Das ist zu schnell für einen Menschen. Das ist Xena. Ja. Sankt für Soweit, Krankenstation, empfiehlt sich zum Krankenversicherung. Für Sorge und Fremdab der Heimat. Wow. Okay, Arschloch, das ist ein Ende. Sie bringen uns einen nach dem anderen um. Meine Herren. Okay, Xena hat uns das Leben gerettet. Okay. 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 Geht's noch ein bisschen lauter? Okay. Was? Legen Sie die Stromanlage. Okay. Ja, ja. Jetzt irgendwo wieder ein Speicherpunkt. Die Sonne. Na, aktive Sonne. Guckt mal da hinten. Cool. Ich würde gerne erst speichern. Das Vieh hockt da oben im Schacht drin. Also keine Gefahr. Da. Das ist diese typische Fauchen. Das können wir ja schon aus dem Androiden-Level. Ja. Ja. Was? Ein Android! Wo kommen die denn jetzt her? Xena wird uns jetzt nicht mehr behältigen, nehme ich an. Die Frage ist, wo muss ich hin? Ist hier irgendwo ein Ausgang markiert? Hier könnte einer sein, hier unten. Gehe aber trotzdem nochmal zum Speicherpunkt. Nummer und Adopt-Zulassung angeben. Ja. Keine Chance. Das ist schon wieder so eine Fluchtmusik. Leck mich am Arsch. Okay, was haben wir denn hier für Optionen? Nein. Oh, wollen wir Rollen-Molotow-Kopf? Blende-Granate wird nichts nutzen. Das sind Syntheten, das sind künstliche Einheiten. Probier mal gerade was. Hallo. Hallo. Also geklappt hat es, was ich vorher erwarte. Wir sind Tippenkrattenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgen werden wollen, melden Sie dies bitte. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Komm schon, Alan! Ich werde Sie einfangen. Weg hier! Ich bin weg. Okay, Moment, Kartencheck. Nein, nicht Steamcheck. Spiel fortsetzen. Okay, der läuft nochmal. Also, Kartencheck. Wo muss ich hin? Wieder da links. Durch die Notaufnahme. Links. Okay. Und go. Notaufnahme können wir vergessen. Nein. Können wir da durch. Ja, weil über den Sinn ist, zu streiten. Hm. Mist! Mist, 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 Mist. Okay. Okay.